Oder, ja gut, wenn du keine Probleme hast, dann mach das so. Ich mach das mit Galash und das so besser. Aber wenn das so bei dir funktioniert, dann mach das. Ich brauche mehr Nerven wie du. Oh shit. Ja, digger. Ja, komm mal. Okay. Ich möchte aber nicht. Ja, noch mehr. Noch mehr. Das war richtig nice. Komm, du Lauchgestalt. Oh, der lebt noch. Alter, wo kommen wir denn hier? Alles gut. Entspannt euch. Mit des Akkus. Ich komm nach rechts. Ich will ja, geht zum zetern. Ich will ja, adolesz. Dann ist das. Das war richtig. Und wieder. Ja. ich hätte der boss wird einfacher weil alle ermächtigt sind direkt weißt du da gibt es gar keine probleme geht halt nur um den damage im endeffekt genau wenn du keine scotch mehr sniper und dann genau ich habe wieder keinen nicht sterben wo ist der scheiß captain mitte leere kommt rechts kommt rechts ja 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 hat denn jetzt ich bin die ganze zeit worden in mitte in mitte wo denn noch wo fehlt der noch was da fehlt noch was ich komme rechts ich war im zweiten da bin ich gerade ganz ehrlich ich war durchgehend ohne witz lasst mich doch in ruhe ich war nicht mal am skaten ich war einfach nur am hin und her springen wie so ein affe ich war durchgehend ohne witz diese scheiß fischer okay waffen des lichts rein synthese ziehen boah alter schwede die